Heute mal ganz ohne Special Effects, wenn ich weiß, wovon ich rede, der hat wahrscheinlich die letzte Folge I The One von mir nicht angeguckt. Naja, dann war halt mein Upsi. Könnte aber ja natürlich jederzeit nachholen. Heute schauen wir uns Folgen 11, 12, 13 und 14 an. Oh mein Gott, vier Folgen. Krank. Krank, geil. Was tue ich mir da eigentlich jedes Mal an, vier Stunden in eine Stunde runterzubrechen und da muss ich ja auch noch mit rein kommentieren. Ich sag euch was, allein dafür würde ich einen Daumen hoch geben. Wie immer verlinke ich euch unten die ganzen Folgen und wir schauen jetzt einfach mal, wie es mit unseren Liebespärchen und unseren Reality-Strauss aussieht. Ich mag ja den Danilo so und der gibt sich viel Mühe, der ist immer bei mir, der gibt mir ein gutes Gefühl. Von Eugen zu Diogo, wir sind bei Danilo angekommen und der ist es jetzt wirklich. Ich mag das einfach so total, komplette Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich muss jetzt erstmal meine Hose öffnen, weil ich mag das, in den Bauch tief einzuatmen. Das ist auch wichtig. Dann hat man auch ein viel besseres Standing und eine viel bessere Sprache. Ich hoffe, ihr habt auch eure Hose offen und ein Getränk bereit. Ich würde gerne wissen, wie du dich fühlst. Ich fühl gerade gar nichts mehr. Denn Manu ist ja eine kleine Biene, die fliegt von einer Blume zur anderen und Steffi ist einfach enttäuscht. Wenn man mich anlügt, dann ist es für mich gegessen. In was habe ich dich jetzt angenommen? Steffi, tell us. Okay, du suchst jemanden, der wirklich halt zu dir passt und dann machst du einmal mit Jill rum, wo gar nichts für dich ist. Richtig, Jill und Steffi sind ja schon ganz doll aneinander geraten. Man kann was suchen, was anderes, aber dann mit der billigen Ware rummachen. Steffi, wir haben uns doch darauf geeinigt, niemand ist billig, nur weil er oder sie, in dem Fall sie, gerne wechselnde LiebespartnerInnen hat. Das macht total Sinn. Das, was du eigentlich willst, nicht zu nehmen. Ich hab dich... Mann, komm. Scheiß drauf. Steffi ist zutiefst verletzt. Warum kommst du nicht her und versuchen wir das zu klären? Weißt du, ich hab gedacht, wir sind Freunde, aber das ist kein Verkommen. Wir können das klären. Manu, wenn du dich aber immer anders verhältst, als du sagst, so, dann ist das nicht cool. Wenn das dein Ding ist, was du fahren willst, okay, du hast komplett alles kaputt gemacht. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, ich glaube es schon. Sie ist halt sauer auf mich, weil ich sie angelungen habe. Ich hab A gesagt und dann mache ich B. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Da haben wir doch das Problem, Manu. Warum machst du es dann weiter? Du lügst dich doch selber an. Ich lüg mich nicht selber an. Du bist dir selber nicht treu, Manu. Doch, ich bin mir selber treu. Da frage ich mich immer noch, wer ist denn überhaupt dieser Manu, dem er selbst treu bleibt? Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich lüg mich auch nicht, was die anderen denken über mich. Okay, dann pass du ja mit Jill. Kann man jetzt nicht ausschließen. Okay, gut. Das stimmt. Jill macht auch, was sie will. Das reimt sich. Oh mein Gott. Das finde ich halt, so leid es mir tut, Fake. Und Fake ist die größte Beleidigung, die man einem Reality-Star an den Kopf werfen kann. Sie hat mich echt angemacht, richtig angemacht. Gerade eben? Geschrien? Nicht geschrien, aber ein paar Sachen gesagt. Nicht geschrien, aber sie hat das F-Wort in den Mund genommen. Fake. Das ist schon eine harte Nummer. Kann nicht mal mit dir befreundet sein. Ja, es tut mir schon weh. Die hat mich jetzt richtig kaputt gemacht. Ach so, sie hat dich kaputt gemacht. Ach, Manu. Oh, Mann. Der ist für mich Fake. Aber ich kann es immer noch nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn ein guter Freund sich zweimal anlügt. Er weiß, dass er sie angelungert und verletzt hat und dann ist er so, sie hat mich jetzt fertig gemacht. Hört er sich selbst zu? Du kannst niemandem vertrauen. Freundschaften gibt es hier nicht und du wirst für alles und jeden verkauft. Willkommen im Fernsehen. Vor allem für Geld, wenn die Matchbox wieder ruft, ne? Ja. Hier fickt jeder jeden. Ja. Aber in den Rücken rein. Das stimmt, denn im Boom Boom Room ist noch nicht so viel passiert. Das ist so richtig, so richtig enttäuschend. Wo aber jetzt viel passiert ist in den Schlafräumen, denn nicht alle möchten mit Salvatore im Zimmer schlafen. Eigentlich möchte niemand mit ihm im Zimmer schlafen. Ist doch kein Problem, ich schlafe hier und ich schlafe da. Ist doch scheiße, Mann. Was sagt Salva dazu? Die sollen von mir aus die ganze Nacht machen, was die wollen. Ich störe gar keinen und ich bin der Letzte der irgendwelche Probleme, will ich einfach nur in meinem Bett schlafen. Gut, Melina und Aurelia sind ja zutiefst gekränkt, können ihm ja nicht verzeihen und möchten deswegen auch nicht im selben Zimmer schlafen. Wir wollen doch zusammen in einem Raum schlafen. Ja, hier ist doch ein Platz. Aber wir wollen nicht alle mit dir in einem Raum schlafen. Wie mache ich denn mit euch? Wir wollen einfach nicht mit dir in einem Raum schlafen. Okay. Weil du diese Stimmung, die gute Stimmung unter uns störst. Good Vibes Only, sage ich ja immer. Ich hasse mich abgöttlich. Jeder hat mir verziehen, außer Melina und Aurelia. Du hast sie für Geld verkauft, Salvatore. Was erwartest du? Und er will hier eine Show haben, macht wieder Faxen des Grauens und du denkst dir, Junge, was machst du eigentlich alles für Sendezeit und was machst du eigentlich alles für Geld? Ja, was macht ihr alle für Geld und Sendezeit, frag ich mich hier. Das ist einfach eine Prinzipsache von ihm, weil ich denke, nö, ich fuck die jetzt alle weiter ab. Ja, natürlich ist Salvatore da auch so ein bisschen in seinem Stolz gekränkt. Ist so, nee, ich will jetzt hier schlafen und die sollen mir jetzt nicht so blöd kommen und die sollen sich mal wieder einkriegen. Es ist auf allen Seiten nervig. Doch bitte einfach schlafen, ist doch jetzt schlafen. Ich will mit dir mal morgen. Ja, geht das aber nicht. Ich will mit dir mal. Melina merkt, glaube ich auch langsam, dass es ein bisschen lächerlich ist. Aurelia ist immer noch so, vielleicht. Jetzt wird ein bisschen rumgelästert. Dafür müssen dich andere Follower kaufen. Was meinst du? Das Gerücht geht rum, dass hier Follower gekauft wurden. Wer hat 300 K? Die Blonde hier mit den fetten Hupen. Meinst du Vanessa? Hm? Und das so. Alex, komm, mach mal jetzt nicht so auf unsympathisch. Ja, rammt man einfach das Messer in den Rücken, nachdem ich mich umdrehe und halt da kurz mal weg bin. Und das ist, ihr weiß nicht, ich finde, wenn man ein Problem hat, dann kann man es jemandem ins Gesicht sagen. Und das macht Vanessa jetzt auch. Die hat sich den Alex am nächsten Tag geschnappt, nachdem der so über sie hergezogen hat. Hast du, Vanessa, hast du schon mal Geld dafür bezahlt, dass du auf deiner Followerzahl mehr Personen hattest? Schöne Frau, die vielleicht beim brasilianischen Publikum ganz großartig ankommt. All inclusive. Ich weiß es nicht. Also es wirkt wirklich so, dass sie weiß, so, ja, gekaufte FollowerInnen bringen mir überhaupt nichts. Warum soll ich das machen? Vielleicht hat jemand anders ihr die auch gekauft, um ihr Böses zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, oder wie gesagt, sie ist eine brasilianische Schönheit. Ich fand dir als Mensch einfach enttäuscht, weil du kennst meine Geschichte gar nicht. Never judge a book by its cover. Die reden heute alle in so Wand-Tattoos. Ich habe mich einfach extrem gut mit ihm verstanden. Nicht, weil ich dachte, dass er mein Perfekt-Match ist, sondern weil ich ihn halt einfach als Mensch mag. Das ist jetzt aber vorbei. Eine Freundschaft geht zu Ende. Ich weiß ja nicht, so ein Lied zu singen. Hey, we want some by followers. Was wollen die? Hey, we want some by followers. Byte followers? Ist es das, was du aus der Schule noch... Also das ist, glaube ich, das erste Wort, was man lernt, dass eben nicht... Wie sagt man das? Wo die Vergangenheit nicht mit Idee gebildet wird, sondern dass eine Spezialform ist. By Bought. Nicht Byte. We want some Byte followers? Bitte. Erstmal ist der Song scheiße. Zweitens ist er in Englisch scheiße. Und drittens ist das Verhalten richtig scheiße. Ich bin echt einfach enttäuscht. Weil die haben wir echt gerne. Und wir haben so viel Spaß hier gehabt. Und das enttäuscht mich einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, Vanessa, ich fühle mich genauso. Weil ich hatte so viel Spaß mit Rudis Reste-Rampe hier. Und jetzt hat er mich so enttäuscht. Das liegt nicht daran, dass ich auch sehr viele brasilianische ZuschauerInnen habe, bei denen ich sehr gut ankomme. Hola. Bom dia. Ich habe nicht viele brasilianische FollowerInnen. Aber ich war schon mal in Brasilien. Bom dia. Was kann ich noch sagen? Ich muss ja noch eine Message raus an die Leute im Moment. Ja, ist viel hängen geblieben von der Zeit. Machen wir weiter. Meinst du, da kommen wir wieder hin? Oder ist es komplett durch? Dann weiß ich, dass ich mit dir keine Dönne küsse einfach mehr mache. Mir ist für mich jetzt vorbei. Okay. Also wie gesagt, es tut mir leid. Ja, Entschuldigung ist vielleicht angenommen, aber es ist trotzdem vorbei. Entschuldigen mich nicht für das, was ich gesagt habe, vielleicht wie ich es gesagt habe. Okay, wir haben es verstanden. Jetzt steht wieder ein Spiel an. Und zwar dürfen Salva und Sarah einen Date-PartnerIn für das Date finden und müssen da Fragen beantworten. Und die möglichen PartnerInnen müssen eben auch die Frage beantworten. Und da, wo es am meisten übereinstimmt, die Person darf mit aufs Date. Erste Frage. Also ganz ehrlich, wer da heutzutage noch sagt Dubai? Nee. Ich finde Dubai ist so ein Ort, der ist so eine Art von nur für Show und weiß nicht, deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Same. Datest du lieber jemanden, der a. intelligent und hässlich ist oder b. schön und dumm? Hat kurz überlegt, das ist aber auch ein bisschen, na, muss man kurz drüber nachdenken, hat sich dann aber für schön und dumm entschieden. All inclusive. Wer hätte es gedacht? Okay, ich muss euch leider enttäuschen, Jill und Valentina. Ihr müsst euch setzen. Valentina wollte unbedingt das Statements-Halver bekommen. Dumm und schön habe ich doch gemacht. Ich wollte dumm und schön sagen. Ja, aber dumm und schön ist B, Leute. Oh nein, der. Ja, wenn man sich das auch nicht merken kann, dann ist das Schildprogramm. Wie hessig von Sophia. Dann ist das Schildprogramm. Dumme Kuh. Hätte nur noch gefehlt. Aber ich muss ihr leider ein bisschen zustimmen. Es war echt, da hätte man echt zwei Sekunden mal drüber nachdenken können. Valentina hätte sich anstrengen müssen. Bei der leichtesten Frage fliegt sie raus so. Was hat Valentina zu ihrer Verteidigung zu sagen? Ich habe verstanden, dass A, dumm und intelligent, also A ist hübsch und nicht schlau. Oh, kurz gedacht, sie schafft es nicht, aber sie hat es geschafft. Sarah, was ist für dich schlimmer? A, ein Partner, der ständig mit anderen flirtet. Oder B, ein eifersüchtiger Partner. Na gut, wir wissen ja jetzt die ganze Zeit, dass die Eifersucht von Josu ein großes Problem ist. Da würde ich jetzt das einfach nehmen, weil ich weiß, das war in letzter Zeit das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Auch wenn vielleicht das andere schlimmer wäre, oder? Josu möchte unbedingt aufs Date, deswegen hat er B gewählt und 7 nimmt aber A. Was soll denn das jetzt? Ich muss doch leider enttäuschen. Ihr seid raus. Also das war wirklich eigentlich auch eine super einfache Frage. Mir jeden Tag vorhält, dass meine Eifersucht jetzt nicht das Geilste ist. Und dann bei der Frage war klar, dass ich so antworte. Da hätte sie vielleicht auch kurz ein bisschen nachdenken können. Gebe ich ihm recht. Wenn der Mann ständig flirtet, dann heißt das ja, dass er keinen Bock auf die Frau hat. Ehrlich gesagt, dann zeigt eine Eifersucht dann wieder ein bisschen mehr Liebe. Sarah, du hast einfach einen Moment zu lange drüber nachgedacht. Du sollst jetzt hier nicht uns deine tiefsten Emotionen darlegen. Eifersucht ist ein Problem. Mann, nimm das doch jetzt. Salva, Sex mit der Ex, ja, ist A oder B, nein. Diese Nachricht ging raus an Christina. Nie wieder. Baba, ich schwör's. Wir haben unser erstes Date Pass, Salva und Finja. Aurelia freut sich, dass sie nicht aufs Date mit Salva muss. Aber ich hätte schon gerne gewusst, ob der Joshua mein Perfekt-Match ist. Aber Sarah muss mit Jamie aufs Date. Gibt's heute wieder Beziehungsdrama bei Joshua und Sarah? Nö, nö, kein Grund dazu. Wart's mal ab. Hab Spaß. Ich vertraue dir. Ach, ihr habt bestimmt trotzdem ein cooles Date. Ja, wird der Hammer. Ich vertraue dir, SP. Ja, aber das bringt uns nichts fürs Spielen. Natürlich nicht, aber du kommst vielleicht auf andere Gedanken zumindest. Der Joshua sitzt positiv. Wenn sie wiederkommt, ob sie dann direkt auf mich zukommt, damit ich sehe, dass sie mich vielleicht auch ein bisschen vermisst hat. Mal schauen. Das wäre doch was Schönes. Wer aber jetzt wieder am Baggern ist, das ist unser Manu. Vanessa, wollen wir was? Ey Manu, was ist denn mit dir und Jill und Kathi? Und Steffi. Und äh, ähm, und Kathleen. Er möcht' alle Frauen kennenlernen, deswegen jetzt Vanessa. Was hat die denn so zu sagen? Wieso küsst du chill, schläfst mit Steffi ein und willst eigentlich Kathi? Danke für die Zusammenfassung. Der wedelt nicht nur wie ein Segel im Wind, er wedelt auch aufs anderes mal nach links, mal nach rechts. Wir sind in einer Datingshow. Wir müssen offen sein für alles. Problem ist nur, dass die meisten anderen halt nicht offen dafür sind. Ja, wir wollen, dass die einfach ein Hintertürchen haben und sagen, naja, bevor keiner da ist, dann geh halt in die Tür. Genau. Fall da. Nein, Mann. Nee, nee, nee. Senderzeit ist jetzt vorbei. Okay. Okay, danke für die Ansage. Tschüss. Leute, macht's gut. Wer sich jetzt auch verabschiedet, das ist Sarah aufs Date. Ich erwarte wirklich nicht viel von ihr. Aber. Sie muss halt süß sein, sie muss klein sein, sie muss einen tollen Charakter haben und damit meine ich am besten keinen Charakter, damit sie neben mir nicht so auffällt, sie darf nicht mit anderen Leuten tanzen und vor allem darf Arsch nicht in Richtung Dings gehen. Wisst ihr Bescheid, ne? Wenn sie jetzt auf ein Date geht mit jemand anderem und sie weiß schon, ich bin ein eifersüchtiger Typ, dann komm doch kurz zu mir, gib mir ein gutes Gefühl. Okay, das verstehe ich jetzt. Sie hätte sich wahrscheinlich eine kleine persönlichere Verabschiedung gewünscht. Und dann frage ich mich halt, ob die Interesse von beiden Seiten gleich ist. Ich weiß nicht, was die Interesse heute macht. Ich weiß nur, dass Salva mit Finja auf ein Date geht. Ich bin kein guter Schwimmer, wenn ich nicht weiß, wie tief das Wasser ist. Ansonsten schon. Aber sonst so, ähm... Komm ich klar. So sieht's aus, wenn Salva auf sein Leben klarkommt. Ja, Salva ist eine kleine Pussy. Und kann nicht schwimmen. Und wie gemein ist es jetzt, dass sie sich drüber lustig machen, dass Salva nicht schwimmen kann. Aber macht immer auf... Macht auf die Pose. Er kann nur nicht gut schwimmen, wenn das Wasser sehr tief ist. Steht es nicht. Das Gefühl, Sarah hat kein Gefühl für Empathie. Das ist immer eine gute Voraussetzung. Was soll das denn? Gib mir doch bitte ein gutes Gefühl. Also ich sag dir ganz ehrlich... Wie weißt du, dass ich eifersüchtig bin? Wie fühlt dich nicht? Ich glaub auch nicht. Ich glaub auch nicht. Gefühltstechnisch bin ich gerade schon so ein bisschen lost. Er hat ja Aurelia wenigstens da. Die ist ja an seiner Seite. Warum sitz ich hier? Ich vermiss die schon so ein bisschen. Obwohl die in zwei Stunden wieder da ist. Ja, du dich ja magst. So wie Aurelia Diogo gemacht hat. Du brauchst einfach eine Frau, die immer einfach bei ihm ist. Die 100%ige Aufmerksamkeit schenkt. Eigentlich so wie ich. Haben wir doch unser Perfect Match. Einfach jemand, der ihn die ganze Zeit umgarnt. Und immer zeigt, dass man ihn will. Aber die sind in der Friendzone, ne? Da geht nichts mehr, oder? Ich mag sie halt schon sehr gerne. Als Teammann, glaub ich auch. Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und mir so Gedanken machen. Aber die beiden sind halt in der Friendzone. Sarah hingegen macht sich nur Gedanken, ob sie zu Jamie passt. Du meinst ja, du stehst ja nicht so auf Blondinen, sondern... Das hat sich jetzt geändert. An der Haarfarbe können wir arbeiten. Er ist ja so wie Manu. Ein Chamäleon. Dem würde ich jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist, mit einer Blondine, selbst mit einer Rothaarigen. Leute, selbst mit einer Rothaarigen. So ein Sexy Ginger ist auf jeden Fall auch überragend. Der Sexy Ginger. Ist das möglich, ne? Selbst ein Sexy Ginger wäre möglich. Ist ein wahnsinnig toleranter Typ. Ich denke nicht, dass Jamie mein Perfect Match ist. Aber wenn Joshua es nicht wäre, dann würde ich ihn auf jeden Fall als nächstes wählen. Joshua bleibt die Nummer 1. Es wird doch ihn freuen, das zu hören. Wie läuft es bei Finja und Salva? Tschüss Finja. Eine kurze... Tschüss Ginja. Jetzt nochmal Ginja. Hast du gesagt, das ist Ginja? Ginja. Also, tschüss. Vinja? Alles klar. Dann haben wir Vinja, Joshua. Wen haben wir noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Salva ist ein bisschen wie meine Mutter. Hat gesagt auch mal, alle Namen falsch. Tschüss. Merk, wenn wir trinken, dann verstehen wir uns gut, ne? Und wenn sie nicht trinken? Wir verstehen uns beide gut. Aber schön bist du auch ohne Alkohol. Wirklich. Das war eigentlich ganz süß gesagt vom Salva. Der geht gerade richtig bei dem Date auf. Das Meer, die Sonne, die Luft, die Energie. Ich bin vollkommen glücklich. Also, mich kann man, glaube ich, heute nicht glücklicher machen. Josuas Glück würde jetzt auch vollkommen machen, wenn Sarah endlich nach Hause kommt. Ey! Jetzt geht's rund. Nein, mach, nein, bleib. Ich will aber zu ihr. Warum? Du willst es nicht für ein Arschloch drehen. Ich will aber. Ich will aber da rein. Da ist richtig schön kuschelig warm. Isra? Wenn sie jetzt nicht hinläuft, dann kommt das voll. Du guckst jetzt, was sie macht. Nein, ich will zu ihr. Ich finde es gut, dass sie auch mal jetzt auf ihn zukommen kann. Und sie läuft einfach an ihm vorbei. Kacke. Ich sag nicht mal, hallo. Sie geht nicht mal hin. Sagt so, hey. Als Sarah zurückkam, war ich auf der Liege. Sie hat mich gesehen. Sie hat mich angeguckt. Aber dann komm doch kurz zu mir. Da muss ich Joshua recht geben. Ich verstehe es wirklich nicht. So das Verhalten verstehe ich auch nicht. Du wartest jetzt mal auf ihren ersten Schritt. Ja, was für erster Schritt? Joshua, du kriegst nicht ins Arschloch rein. Er will aber. Hast du mit Joshua schon gepratcht? Jetzt gerade? Nein, nicht so richtig. Noch nicht so richtig? Ihr habt euch einmal so gemacht. Das ist noch nicht so richtig. Das ist noch nicht so richtig. Quatschen? Es ist halt einfach die Situation ein bisschen doof. Muss man halt einfach schauen. Aber ich möchte mich halt nicht gezwungen fühlen zu irgendwas. Musste ja auch nicht. Aber dann musste das auch mal jetzt so ein bisschen klarer kommunizieren. Also das finde ich schon ein bisschen kacke, jemanden so sitzen zu lassen. Willst du mich den Arm nehmen? Erzähl das mal. Wollte ich nicht, dass du da bist? Finja hingegen sucht direkt die Nähe zu Eugen. Ja, wir waren auf einer Yacht. Ja, eben was war mit Mama. Nein. Gar nichts. Gar nichts. Absolut 0,0. Also dass da steht als Übersetzung irgendwas, das mich sauber macht, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren, oder? Tave. Ja. Nichts. Was mich ansatzweise sauer machen könnte. Spannend. Eugen hat auch echt große Trust-Issues, oder? Ja, da freue ich mich. Was sagst du da raus? Warum bist du so läd? Finde ich nicht. Ich habe mich voll gefreut, wie wir hier zusammen mit dir. Oh, ich freue mich jetzt auch. Ein bisschen süß sind sie schon miteinander. Manu, den knüpfen wir uns noch fort und dann geht's den Arsch voll. Die Mutschis, die sagen jetzt mal Manu, so nicht. Wenn man zu der einen das eine sagt und zu der anderen genau das gleiche, dann ist das definitiv nicht cool. Aber auch nicht cool zu der einen, das zu sagen und zu der anderen wieder was anderes. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Das machst du doch auch, du. Sagst du, boah, dich möchte ich ernsthaft ändern. Zu Steffi habe ich das nicht gesagt, zu dir habe ich das gesagt, aber die Sachen erinnern sich mit der Zeit. Ihr müsst da schon auch mal mitdenken und mitkommen, was sich hier alles mit der Zeit verändert. Wie kann man sowas sagen? Sowas kann man nur sagen, wenn man sich wirklich ernst ist und sicher ist. Wenn Kati diskutiert, dann switcht ihre Stimme mal direkt so eine Oktave höher. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe mich geöffnet und ich habe versucht, alle Frauen hier kennenzulernen. Manu, du bist der Tollste hier. Er versucht hier so ein bisschen der Playboy zu sein und bei allen gut anzukommen, aber ja, leider funktioniert der Plan von Manu nicht ganz. Kommt im Haus nicht so gut an. Ich glaube, hier draußen bei uns kommt er auch nicht sonderlich gut an, oder? Das bedeutet nicht, dass ich dir gesagt habe, Steffi, du bist meine Frau. Das habe ich niemals gesagt. Nein! Jetzt reicht es ihm. Das ist richtig lächerlich und ich habe es nicht verstanden. Ist mir scheißegal. Er fühlt sich in die Ecke gedrängt. Hier sind drei Frauen, die auf ihn zugehen und Manu ist so, NEIN! Ich muss euch Bescheid sagen. Warum? Ist das denn meine Mutter? Nein, 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 aber ihr spielt die Challenges zusammen. Ihr wollt doch ein Recht gewinnen. Ja, und? Weil so das Spiel ist... Der Manu sagt wahnsinnig oft, das ist wie meine Mutter, ist sie meine Mutter, wenn da mal nicht irgendwelche Probleme sind. Ich muss Frauen kennenlernen! Wenn Corona war und du irgendwie als Single ewig nicht gedatet hast. Ich muss Frauen kennenlernen! Ich muss Frauen kennenlernen! Ja, der Manu hat ja drum gestehen wie so ein kleines Kind noch. Ja, aber ein ganz, ganz kleines Kind. Ja, mit Windeln ums. Mit denen kennt sich Kathi aus. Mich auch. Ich bin jetzt der Böse, ich bin der Fuckboy und alles Gutes. Nee, hat leider nicht ganz so geklappt. Stimmt, er ist ja nicht zum Zuge gekommen. Noch nicht, mal gucken. Diskussion beendet. Ho, Halleluja, Halleluja! Sendezeit vorbei! Wer jetzt aber erst mit der Diskussion richtig anfängt, der ist denn Joshua und Sarah. Ich hab' keinen Bock, meine Zeit hier zu verschwenden, okay? Ja. Warum bist du nicht zu mir gekommen kurz, bevor du gegangen bist? Das hab' ich nicht verstanden. Yes, really! Ich hab's nicht verstanden. Du lagst das erste Mal, stopp, stopp, stopp! Und du sagst zu mir, ja, ich wünsch' euch einen schönen Tag und so. Ja. Aber dann sitz dich doch kurz neben mich, nehm' mich noch mal kurz den Arm. Das hätte mich vollkommen gereicht. Die hat ja aber keinen Bock drauf gehabt. Du musst mir viel Spaß wünschen und nicht umwachsen. Nein, du! Nein! Ich find's komplett anders. Ich find, dass du, du bist die Person, die jetzt auf ein Date geht. Du musst mir ein gutes Gefühl geben. Du musst mich grade in die Situation hineinflatzen, würdet ihr sagen, die Person, die geht, muss eine schöne Zeit wünschen oder die Person, die bleibt, muss der andere wünschen? Ich finde, beide sollten sich das gegenseitig wünschen. Mir persönlich wär's egal, wer den ersten Schritt macht. Das muss einfach von beiden aber dieser Wille da sein, den ersten Schritt zu machen. Also, ganz ehrlich, wenn ich der Josa gewesen wär und mir jemand sagt, hey, die ist gerade gegangen, wär ich noch schnell hinterhergegangen und gesagt, tschüss. Aber es ist auch ein bisschen in den Arschloch krieg'n, ne, das machen wir ja nicht, haben wir gesagt. Ja, äh, ja, wenn ich Sarah wär, wär ich wahrscheinlich zu Josa gegangen und er hätt' ihm nochmal das gute Gefühl gegeben, weil ich weiß, wie empfindlich er ist, aber es ist auch nervig, etwas nur zu tun, weil man weiß, dass irgendwie eine andere Person einfach schwierig da ist. Versteht ihr, was ich meine? Der engt mich komplett ein, verstellen möchte ich mich nicht oder mich anpassen möchte ich auch nicht. Sie weiß, was sie will und anpassen, das zählt nicht dazu. Ich sag dir die ganze Zeit Gedanken, ich sag dir die ganze Zeit Sachen. Ich krieg' mich jetzt nicht auf, okay? Ich krieg' dich nicht auf. Nein. Ich bin kein Mensch, der sagt, hier, komm, ich bin jetzt hier, Josa, komm, ich muss dich jetzt in den Arm nehmen. Die ganze Situation verarschen muss man jetzt aber auch nicht unbedingt, oder? Ist einfach für mich zu wenig. Wenn du wirklich Interesse an mir hast, dann würdest du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist meine Meinung. Auch meine Meinung. Ist auch eure Meinung. Ich mag das halt einfach ab. Ich will das einfach nicht. Ich hab' mich von Anfang an zu sehr auf einen Mann einfach so spezialisiert und es passt halt einfach nicht. Da scheint's wohl nicht zu passen, jetzt kann aber ein Paar in die Matchbox, um zu gucken, ob's da passt. Wenn ihr so weitermacht, dann landen wir vielleicht noch bei Wer wird Millionär? Oh ja! Oh ja! Scheiße! Die verkaufe immer wieder die Matches. Mir haben ein paar Leute letztes Mal drunter geschrieben, ob ich's mal erklären kann, was mit dem Verkaufen so bedeuten hat. Sorry, ich dachte irgendwie, ihr kennt alle die Sendung in- und ausländisch und ich muss es nicht erklären. Hört ja auch Zeit, ich pimmel hier seit einer Woche rum. Aber kurz gesagt, die können ja immer erfahren, ob die ein Match sind in dieser Matchbox. Da steht ja dann No-Match oder Perfect-Match. Die können aber auch auf diese Entscheidung verzichten und auf dieses Ergebnis verzichten und diese Klarheit und kriegen dafür Geld. Und das haben sie ja die letzten Male ein paar Mal gemacht. Also wenn heute irgendein Mensch verkaufen sollte, also dann zweifle ich wirklich an dessen Menschen Intelligenz. Weil die brauchen ja auch mal Perfect-Matches, damit sie am Ende diese 10 Lichter ankriegen und das Geld überhaupt gewinnen können, was sie jetzt hier so angesammelt haben. Ich bin der Meinung, ihr müsst mal einen Schritt vorwärts kommen. Danke. Und deswegen gibt's von mir heute Moinix. Yeah! Diesmal können sie gar nicht verkaufen, weil sie kein Angebot bekommen haben, also kommt die Entscheidung der Matchbox jetzt. Ich weiß nicht, warum die sich so freuen. Also, vielleicht, dass sie da bleiben dürfen. Wir hätten jetzt schon ein Perfect-Match gebraucht, mal langsam. Ja, aber mein Gott. Warum wir? Ob jetzt vier Lichter oder fünf Lichter sind, wir haben ja Zeit nicht mehr. Naja, allzu lang nicht mehr. Ich heul schon wieder. Hör auf, das ist nicht schlimm. Doch. Das ist schlimm. Ich hab auch gesagt, ich will viele Sachen nicht mehr hermachen. Aber ich bin ja ein Mann hochreden. Ja, und es hat ja nichts damit zu tun, Mann. Doch, doch. Nein. Hör auf, so eine Scheiße einzureden. Josames Wein und das ist anscheinend nicht männlich. Sie hat doch eben gesagt, er hat mich eingeengt, aber wir haben geredet und jetzt wieder alles gut. Es geht gar nicht darum, was sie gesagt hat. Das waren Ihre Worte, was sie eben gesagt hat. Ich weiß, es geht aber nicht darum, was sie gesagt hat. Ich war irgendwie traurig. Mir geht's nicht so gut, keine Ahnung. Aber wenigstens hat er seine besten Freundinnen dabei. Ich find einen Mann, der seine Gefühle zeigt, viel besser als ein Mann, der abgewichst ist und auf alles scheißt. 100 Prozent. So ist schon ein sensibler Mensch, der sich auch vielleicht schnell in Dinge reinsteigert. Gut zusammengefasst. Wir lieben dich so, weil du so bist, wie du bist. Wir lieben dich, weil du deine Gefühle zeigst, weil du auch mal weinst und das ist auch in Ordnung. Das ist jetzt gerade ein richtig schöner Pep-Talk, den ich persönlich gebraucht habe. Und ihr liebt mich, weil ich so ein Opfer bin und jede Stunde heule und es ist auch in Ordnung. Du bist toll, so wie du bist. Und wir lieben Melina, weil sie so ist, wie sie ist, weil sie straight ist, weil sie uns in die Fresse sagt, so und so sieht's aus. Ja, ich liebe euch so. Wir haben alle unsere Sache, wie wir sind und es ist auch in Ordnung so. Jetzt mal im Ernst, es ist so. Man muss sich auch für seine Fehler oder für seine Schwachstände lieben und akzeptieren. Das ist wahre Freundschaft, Pipo. Die bohe ich wirklich. Ja, Schatz, wir lieben dich auch. Oh ja. Komm her. Okay, ich komme. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Ja, Schatz. Wirklich. Das ist doch echt herzerwärmend. Ich bin wirklich froh, dass ihr das seid. Ich hätte es sonst echt nicht ausgehalten. Ich hätte es unheuerlich auch nicht ausgehalten, mir das hier anzugucken. Die Leute denken nicht, ich bin so ein Opfer. Hör auf, Joshua, das stimmt nicht. Wir denken nicht, dass du wegen Heulen Opfer bist. Das hast du schon vorher wegen anderen Thematiken bestätigt. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Gern geschehen, ich habe mein Bestes hier. Das Machen könnte mir ein Rat geben. Das war ich. Lass es. Ja, okay. Ich habe es auch mit Jogo gelassen. Ob er diesen Rat befolgt, wir werden es sehen. Voll gefährlich, verstehst du, was ich meine? Ich habe davor viel zu viel Angst und du musst einmal nur gegen die Kante kommen. Bist du tot. Jetzt wird gefeiert, in den Pool gesprungen und da sind plötzlich Valentina und Jill ganz vorsichtig. Die beobachten das Ganze. Das Salvatore ist so eklig. Ich gehe hier nicht raus, ich schwöre dir das. Das ist euch jetzt too much? Ah, okay. Die wollen mich aus dem Zimmer rausschmeißen, seit gestern schon. Warum? Ich bin kein Straßenkötter, das haben wir noch nicht gecheckt. Kommt Melina dazu? Hat denn die Bettdecke und den Wasserflecken auf meine Seite gemacht? Red bitte nicht mit mir, okay? Du redest gar nicht mit mir. Du dreh dich um und geh wieder da, wo du hergekommen bist, okay? Pfff, Salva, mega respektlos. Keine Ahnung. Das ist nicht normal. Die redet auf 180. Red nicht mit mir. Alle Leute sagen, was ist das, was du willst. Dass du die Bettdecken durcheinander gemacht hast. Dreh dich um und geh wieder da, wo du hergekommen bist. Was ist denn mit ihm? Salvatore kannst du nicht reden. Das ist einfach, der hat irgendwie seine eigene Welt und keine Ahnung. Diese ganze Schlafdiskussion ist aber auch echt ein bisschen viel. Rüber zu kommen, weil sonst wird hier keine Einigung mehr gefunden. Weil hier Menschen sich nicht einigen können, weil hier keine Kinder sich benehmen. Ach so, ja. Aber Salva, dass du unbedingt in deinem Bett schlafen willst, ist nicht auch ein bisschen kindisch? Ich geh nicht aus meinem Zimmer raus, aber ich bin bereit, kooperativ zu sein. Und wie sieht diese Kooperation bitte aus? Du kannst mich umbringen, ich geh nicht aus dem Zimmer raus. Töte mich jetzt sofort, ich geh nicht aus dem Zimmer raus. Ein bisschen viel mit dem Töten. Bei Gott, ich geh nicht raus. Nein, ich geh nicht raus. Weil ich mich von dir nicht ficken lasse. Du hast mich gepfickt, Alter! Melina, schrei mich nicht an. Was pickst du eigentlich? Du kennst den seit ein paar Tagen, machst du wohl die Filme? Hättest du mich verbraucht? Schrei mich nicht an. Das ist keine schlechte Idee, mich anzuschauen, glaub mir. Salva sagt, schrei mich nicht an. Und dann schaut, dass Melina mal so, oh ja, sorry, ich höre auf zu schreien. Wie sie es ja bei den anderen auch erwartet, ist sie so. Jetzt komm ich aber mal ganz nah, Freundchen, damit du mich auch gut verstehst. Schlechte Idee. Ja, hast du zu machen? Das war für dich schlechte Idee. Ja, aber was? Red nochmal mit mir an. Melina ist so ghetto manchmal. Red einfach mit mir an. Das war für dich. Das war für dich. Aurelia von hinten so. Aurelia von hinten so. Aurelia von hinten so. Es geht hier gerade um den Schlafplatz. Dass sie nicht... Da muss sogar Tommy dazwischen gehen. Die mag den jetzt nicht mehr. Das ist halt das Problem. Und jedes Mal, dass er redet, will sie ihn in die Fresse hauen. Kann ich verstehen. Aber oh. Was ist denn los? Wie die sich in Sachen reinsteigern? Ich habe mich angemärmt. Du hast ihn angekommen. Wie passiert das? Ich fühl mich... Bruder. Ich fühl mich mehr aggressiv. Bruder. Diese Story. Zeig mich an. Wie konnte das so eskalieren? Da hört bei mir eine Grenze auf. Ich habe diesem Menschen nichts getan. Sie fühlt sich bedroht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie ist doch in sein Face gekommen, oder? Du bist richtig fertig mit deinem Leben. Wer will mit dir zu tun haben? Wer will mit dir zu tun haben? Ich bräuchte jetzt eine kleine Einschätzung von Eugen. Wenn man irgendwie eine uncoole Situation hat, dann muss man jetzt nicht erstmal hier die Avengers zusammen trommeln und dann zu dritt so auf eine Person gehen. Die Avengers. So sah es wirklich aus. Black Widow, kommen Sie bitte. Ich zieh mein Ding durch. Aber wenn ich im Recht bin, zieh ich mein Ding erst recht durch. Irgendwo gibt es auch Grenzen. Und die wurden hier überschritten. Deswegen schläft Salva jetzt alleine. Ende des Tages hat Salva alleine in seinem Schlafzimmer geschlafen. Und alle aus seinem Schlafzimmer haben dann bei uns geschlafen. Was ich aber auch nicht verstehe, wenn doch jetzt da nochmal irgendwie 15 andere Leute sind, die mit dem Streit gar nichts zu tun haben und Salva verziehen haben. Warum sagen dann nicht einfach so zwei Leute so, ey komm oder vier. Ich leg mich jetzt zu Salva. Wenn doch alle cool mit ihm sind. Anscheinend ja nicht. Dem Männern geht ja ja nix. Da muss man sich ja anderweitig umschauen. Und dann habe ich der Jackie mal den Boom Boom Room gezeigt. Das ist einfach das Unnötigste, was in unserer Staffel passiert ist. Also man merkt, also ich weiß nicht, ob die Vertrage nicht dazu verpflichtet waren, dass irgendwas im Boom Boom Room passiert. Kathi und Jackie waren so, ja gut, dann machen wir es halt. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, müsst ihr euch das in der Folge angucken. Es ist spektakulär. Vielleicht, wenn man zwölf ist. Selber, du kommst, du kommst von dem Date und hast dann jemanden, auf den du dich freust, aber du kannst es mir nicht zeigen. So, das ist der Punkt. Ja, weil wir uns gestern halt einfach wieder abgefuckt haben. Da überwiegt das andere wie das andere mehr. Sie streiten sich immer und immer wieder. Du zeigst ja gar keine Gesten. Ja, aber weil ich vielleicht auch Angst habe, dass du mich dann zu sehr einengst. Sie will nicht zu viele positive Signale senden. Ich kann es mir halt auch so denken, wenn ich dir halt für Aufmerksamkeit schenke oder was ich halt viel nenne. Jetzt weiß ich doch, dass ich der bin, den du hier drin haben willst. Ja, aber wirst du dann nicht noch verletzlicher und eifersüchtiger? Geht noch eifersüchtiger. Echt? So kleine Gesten intensivieren halt nochmal so eine Beziehung hier. Und ich möchte natürlich auch keinen verletzen oder ich möchte natürlich auch nicht unterdrückt werden und mich dazu sehr einengen lassen. Also irgendwie kriege ich da so Vibes wie bei Diogo. Sie hat einfach keinen Bock auf den. Und wir sind anderthalb Wochen hier. Ich fand, dass wir fast schon zwei Wochen hier sind. Also am Morgen sind wir zwei Wochen rum eigentlich. Es ist wirklich ziemlich genauso. Joshua ist hier Aurelia und Sarah ist Diogo. Hat nicht geklappt, wird nicht klappen. Ich finde, sowas muss von alleine kommen und nicht gezwungen. Vielleicht braucht da einer bei sowas ein bisschen mehr Zeit, weil er sich selbst auch klar werden möchte oder nicht verletzt werden will. Wie sie von sich selbst in der dritten Person spricht. Ich bin halt gerade an dem Punkt, wo ich mir jetzt erstmal überlegen möchte, ob ich das weitermachen möchte. Weil ich mir gerade echt unsicher bin, ob das so Sinn macht. Macht's nicht, oder? Ich probiere mehr auf dich zuzugehen, aber du probierst halt auch nicht zu viel zu erwarten, sondern du lässt mich einfach machen so. Das finde ich ist ein guter Kompromiss. Sind wir da alle mit zufrieden? Mein Bauchgefühl sagt, ich will's nicht aufgeben, aber mein Verstand sagt mir Joshua, steigere dich nicht wieder in irgendeine Scheiße rein. Am Ende wirst du's bereuen. Wie damals mit Chiara, oder was? Der Ausgang von unserem Gespräch war irgendwie ziemlich unklar. Ich weiß nicht, irgendwie sind wir zu nichts gekommen. Ich kann halt einfach nicht mehr machen. Ich möchte mich halt einfach nicht gezogen fühlen und entweder passt es oder nicht. Und anpassen möchte sie sich auch nicht. Bei anderen läuft's ein bisschen besser mit dem Anpassen, vor allem in der Dusche. Meine Gefühle zu Danilo sind anders als zu Diogo. Nicht stärker, weil das ist noch viel zu früh, aber anders, sicherer. Gut. Ergibt ihr ein kleines bisschen Sicherheit? In einer Welt, in der nicht sicher steht. Wir fühlen uns wohl nebeneinander und ja, ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Ja, ab in Bumbum rum, oder? Zu früh? Okay, ja, sorry. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt erst mal ein paar Tage so bleibt und es jetzt keinen Stress mehr gibt. Wie? Die haben schon wieder keinen Stress mehr? Ich denke, der nächste Kostüm steht nichts im Wege. Gut, wenn man sich nichts mehr Gutes zu sagen hat, dann müssen Taten auch reichen. Bei Joshua und mir ist jetzt gerade alles entspannt. Wir haben uns wieder ausgesprochen. Wir schauen mal, was die nächsten Tage so bringen. Der nächste Abend bringt die nächste Matching Night. In den ersten nach drei Matches. Dann haben wir abgeschätzt, wer diese drei sein könnten. Wissen wir aber nicht wer. Nur schätzen. Und haben den Rest halt nach Gefühl drum herum gebaut. Das war die Taktik bisher. Also zusammengefasst wisst ihr eigentlich gar nichts? Richtig. Super-Strategie. Das merkt man auch mal richtig vorankommen, tun sie nicht. Ich finde es halt ein bisschen doof, dass ich jetzt alleine im Zimmer bin. Wiederum denke ich mir, okay, ich habe jetzt einen Boom-Boom-Raum nur für mich. Mhm. Aber feiere ich halt nicht, weil das ja nicht aus freien Scheidungen passiert ist. Es ist auch kein Boom-Boom-Raum, wenn kein Boom-Boom passiert und du alleine da drin bist. Also ich gehe zu niemandem hin und sage, die sollen nicht ausschließen. Nur weil ich mit dir jetzt nicht rede und weil ich irgendwann beschlossen habe, mit dir nicht mehr in einem Raum zu schlafen. Also sorry. Irgendwann reicht es auch. Ich möchte mit keinem Mann in einem Raum schlafen, der meiner Freundin droht. Du hast Melina gestern, bist du ihr gestern so nah gekommen und hast gesagt, ja, was willst du? Melina ist aufgesprungen und du bist auch schon seit mir fast in meine Nase reingekommen. Also Melina war genau so, was willst du? Und bei Aurelia ist die Toleranz ganz, ganz klein, weil sie sich schon sehr, sehr viel in meine Richtung erlaubt hat. Toleranz wird bei mir ganz klein geschrieben. Und was ich nicht cool finde, ist, wenn man andere Leute dann anstiftet und sagt, okay. Lass mich doch mal reden. Ich habe niemanden angestiftet, Mann. Alles gut, wenn du beleidigt bist, dann keine Ahnung, was da passiert ist. Das war nicht meine Idee. Okay, kein Problem. Bei der Matchingland wird heute richtig ausgepackt. Ich glaube, das Problem ist, dass ich jede Frau dasselbe gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Oh, dass ich mir jetzt was vorstellen kann mit allen Frauen hier. Der Manu. Ja, ich kann mir mit allen Frauen was vorstellen. Ich habe große Vorstellungskraft. Manu passt sich den Frauen an. Aber so weiß man ja nicht, wer Manu wirklich ist. Ja, das finde ich nicht auch. Ich weiß nicht, wer Manu ist. Wo ist sein Charakter? Wo? Hat er denn an alle Frauen so ein bisschen was abgegeben? Jetzt ist nichts mehr übrig oder was? Joshua, wen wählst denn heute? Ich wähle heute auch meine erste Wahl. Alles aus Strategiegründen. Valentina, komm bitte. Die Strategie, die ja so gut die letzten Male schon funktioniert hat. Man braucht Gefühl, sagt es irgendwie seit Tag eins, dass es mein perfekter Match sein könnte. Auch wenn er auf Sarah fokussiert ist. Day One Couple, oder? Das sind einige hier drin, die das Spiel manchmal nicht so verstanden haben. Und damit meinst du Tommy? Tommy hat das Spiel überhaupt nicht verstanden. Ich habe auch versucht, ihn kennenzulernen. Einfach fürs Spiel, aber er lässt mich gar nicht ran. Und sie wird gern mal ran. Nee, sie will ihn halt einfach mal kennenlernen, gucken, ob es passen könnte. Weil das ist das Spiel. Oder auf was für Frauen du schießt und dann hast du zu mir gesagt, ich soll Melina anschauen und dann weiß ich das. Ist so süß. Ist doch gut. Ja, es ist süß, aber das bringt mich ja nicht weiter. Sie wollte ja wissen so, hey, wer bist du, was willst du, was ist dir wichtig? Vielleicht habe ich das angegeben und deswegen passt es. Doch, dann weißt du, dass ich nicht interessiert bin. Boah. Es geht aber um das Spiel, das wir als das Spiel gewinnen wollen. Das kann ich gar nicht einschätzen. Jackie schon wieder. Ja, sag ich ja. Ich will die Hoffnung ja nicht aufgeben, aber das Problem ist, wenn sich echt Leute so massiv festfahren. Ja gut. Dann wird es schon echt sehr schwer für uns das Geld zu gewinnen. Valentina hat recht. Wenn ich es ungern zugebe. Wahnsinn. Ich muss den Mädels teilweise auch recht geben. Einige haben sich echt so festgefahren und wir sind schon in Matching Night 6. Wenigst eine, die mir recht gibt hier. Ich gebe auch recht. Es war wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl mit Diogo und Vanessa vorne zu stehen. Eine Frau bleibt ja immer übrig. Wir haben ja hier Frauenüberschuss. Warum haben wir immer nur Frauenüberschuss? Es war jede Are You The One Staffel so gewesen. Damit am Ende dann eine Frau leer ausgehen. Ich möchte, dass es nicht fair, dass es immer nur Frauen sind. Nicht cool. Ja, aber die Frauen müssen sich um die Männer reißen. Oh. Ich entscheide mich für Aurelia, weil ich mich an den Plan halten möchte. Ich war echt überrascht, als dann der Diogo mich gewählt hat. Diogo hat sein Wort gehalten. Er hat mal gesagt, dass er, wenn die Wahl zwischen den beiden wäre, würde er sich für Aurelia entscheiden. Und das hat er getan. Ehrenmann! Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Manchmal. Ab und zu. Hier und da. Sind wir völlig in Ordnung? Ja? Okay. Das ist ja auch wichtig zu erfahren. Na gut, aber Vanessa, gehst du bitte nach hinten und Juro und Aurelia, bitte lockt euch ein. Es gehen insgesamt nur drei Lichter an. Alles, was wir dachten, ist falsch. Für den Arsch. Leute, wie soll das denn weitergehen? Also wir sind heute einfach nicht mal einen Zentimeter vorwärts gekommen. Und wir sind schon in der zweiten Halbzeit, ne? Und das ist auf jeden Fall scheiße. Ich finde, ihr geht das alles viel zu krass verkopft an. Viel zu krass verkopft. Wir wollen mal mehr Liebe sehen. Mehr Boom Boom in Boom Boom Room. Wir sind perfect match. Zu 100 Prozent. Das kann ich sagen. Eugen, wir sind perfect match. Diogo, wir sind 100 Prozent perfect match. Denn wir sind perfect match. Ich sage auch, dass das mit der Strategie die ganze Zeit nicht hinhaut. Und ich glaube auch du und Eugen seid kein perfect match. Jackie, Jackie, Jackie. Wenn du mal nicht das im Gespür hast. Vielleicht sollte einfach mal wirklich jeder das tun, was er wirklich denkt. Wer sein perfect match ist. Wäre mal was Neues, oder? Wir können auch viele wieder ausschließen, die was jetzt zusammengesessen sind. Guck mal, wir können gar nichts, hast du ja gesehen. Wir können gar nichts. Das stimmt, die können echt gar nichts. Jetzt noch mal optimistisch. Das bin ich in der ganzen Gruppensituation. Seid mal optimistisch. Jeder soll das machen, was er für sich richtig hält. Wenn die Person weg ist, gibt es eine zweite Wahl. Wenn die Person weg ist, gibt es eine dritte Wahl. Jetzt wird die ganze Strategie wieder auf Bord geworfen, oder was? Ohne diese Politik. Wir müssen das in der Matchbox dann herausfinden. Man hätte von Anfang an ein gewisses System fahren können, aber da müssen alle mitmachen. Ja Valentina, man muss es in der Matchbox herausfinden, aber du hast es ja auch verkauft. Und du hast auch zum Salva gesagt, verkauf. Also mhm mhm. Das wurde zweimal gefickt, komplett. Ich hab das schon von Anfang an gesagt. Ja ne, von Anfang an hast du reingeschissen und das war der Grund, warum das von Anfang an nicht funktionieren kann. Ich hätte es ein bisschen anders formuliert, aber ja. Tu man nicht so, als ob du hier irgendwelches Wissen hervorheben kannst. Du bist maximal gegen den Bus gelaufen und das ist allen klar. Der Jamie und seine Sprüche einfach. Du kannst doch nicht als der Virus in dieser Strategie sagen, ich hab's euch doch gesagt, es funktioniert nicht. Da platzen ja die Krawatte, ja also. Und das schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Dass die Person sagt, ich hab's von Anfang an gesagt, dann ist es eine maximale Verarschung. Deine Meinung entjuckt mich ja auch gar nicht. Ja, juckt auch nicht, du sollst ja auch nicht kratzen, aber ich sag einfach, was ich denke. Kratzt mich auch nicht, weil du mir so egal bist. Ohohohoho, es ist hier so kalt, dass er nicht mal hier, sie kratzt. Burn. Ich kratze nicht bestimmt nicht, sonst hab ich 98 Kilo Belage auf meinem Handy. Richtig. Du merkst ja die ganze Zeit, dass ich dich kein einziges Mal in dieser Show irgendwo dumm angegriffen habe. Und du das ganze Zeit machst auch bei anderen Frauen. Und deswegen lass ich mich gar nicht auf dieses Herablassen. Guck mal, ich höre dir zu. Rede mal. Okay. Kurz, das mit dem Belag an den Händen. Uncool. Ein Spruch muss nicht sein, Jamie. Dass sie so sagt, guck mal, ich hab dich in der Show kein einziges Mal persönlich angegriffen, ist so okay. Sie denkt sehr viel darüber nach, dass sie niemanden hier in dieser Show angreift, weil sie das vielleicht drittens dann auf Instagram macht, wie sie das letzte Staffel auch schon bei Kathi gemacht hat, als sie gesagt hat, dass sie eine Mutter ist. Und klar, im Strafgesetzbuch stand es nicht drin, wissen wir ja jetzt. Aber, ne, die sie da beleidigt hat. Und deswegen ist Valentina eine absolute Currywurst für mich. Also kann ich nicht anders, aber angemalte Currywurst. So, Jamie. Eine Currywurst? Da wäre ich mitgegangen. Das ist so, ah, witzig, so eine Currywurst für mich. Versteh ich nicht, aber ich find's witzig. Eine angemalte Currywurst? Ja, gut, sie schminkt sich. Gut. Hahaha. Witz. Und ich bin hier der Buh, Mann. Ich hab das ganze Spiel kaputt gemacht. Wenn sie es gewinnen am Ende, sind alle so, danke Valentina für die 400.000 Euro. Ich find es halt schade, weil, ich weiß nicht, so gewinnt man halt auf jeden Fall keinen Blumenpott und schon gar nicht eine Frau. Ja, Jamies Sprüche sind ein bisschen drüber. Warum ist das jetzt so? Wenn man hier einen Menschen hört, der so laut lacht, ne? Aureda ist einfach eine Frohnatur. Ich mag keine Frauen, die so Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit süchtig sind. Ist das jetzt ein Witz? Ist das eine Satire? Ist das komplett jetzt gar nicht so, ah, ah, mal ein Sketch? Die hat ja auch gesagt, dass sie viel Aufmerksamkeit braucht. Weißt du, dass das Schlimmste ist? Hm. Was sie jetzt auch noch denkt, dass ich... Ist ja gar nicht. Das gucken wir uns gleich auch noch mal an. Aurelia tut auch immer so ein auf nett, aber hat auch Faustick hinter den Ohren und dieses Gehetze, ne? Ja. Ja, ich muss sagen, Aurelia kommt auch nicht so supergut in dieser Staffel weg. Die beiden aber auch nicht so supergut. Und es ist so... Das nimmt sich nicht viel, würde ich sagen, oder? Ich finde auch, Tommi ist so massiv ekelhaft zu mir geworden. So heftig respektlos, seit er wirklich mit Melina und Aurelia ist. Ja. Du gehst gerade an die einzelnen Personen ran. Du willst auch nicht mal das dritte Rad am Wagen sein. Das fünfte Rad. Und sich jetzt da so in die Opferrolle zu begeben, ich weiß es nicht. Die sind auch halt manchmal ein bisschen anstrengend. Wir haben noch kein Match gefunden. Wir bewegen uns die ganze Zeit im Kreis. Langsam müssen sie mal vorankommen. Wir müssen uns beim Spiel genauso hinstellen, wie wir auch demnächst auch zusammensitzen würden. Dann haben wir doppelte Erkenntnisse sozusagen. Salva, lass das einfach. Der Taktiker Salva, es hat sich ausgetaktikt, das funktioniert nicht. Und das Wesentliche, worum es hier eigentlich geht, dass man ja miteinander flirtet, sich kennenlernt, das wird hier total vergessen. Kathi ist auch enttäuscht, jetzt hat sich das anders vorgestellt. Ich habe auch nicht alle so richtig kennengelernt und Gespräche geführt, aber ich kriege ja viel mit. So, da kann ich ja sagen, mit dieser Person könnte ich mir was vorstellen oder nicht, weißt du, so ein bisschen. Ich fand Kathis Gesicht dabei ganz gut. Hm, nee, Diogo. Du hängst von Day One mit Aurelia zusammen und jetzt ist Vanessa da. Hm, da ist niemand kennengelernt. Von Sexbox, ähm, Maxbox oder Maxbox. Was für ein Ding? Maxbox, ähm, Maxbox oder Maxbox. Wurden nur zwei verkauft. Also ganz ehrlich, das ist auch nicht jetzt irgendwie eine übelste Quote. Aber zwei sehr wichtige Matches. Ich glaube, ja, die haben da auch so viel Geld geboten. Ich glaube, es waren Perfect Matches und die wollten die Leute unbedingt drin behalten. Also eins davon war Safe & Perfect Match. Weil warum würden die sonst so viel Geld dafür bieten? Ich finde das schon crazy, weil am Anfang haben wir so gut angefangen. Mhm. Und jetzt werden wir die Schluss. Wir waren so sicher, erinnerst du dich? Mhm. Waren so sicher. Und jetzt sind wir in der Scheiße. Erste Nacht, drei Spots sind einfach angegangen und seither nur rumgeeiert. Und jetzt wird weitergeeiert mit einem Würstchen im Mund. Ihr wisst's, ihr liebt's und ich lieb's auch, dass sie nochmal Slowmo davon reingeschnitten haben. Es macht mich glücklich. Megan und Finja, herzlichen Glückwunsch. Die beiden dürfen auf ein Date und Jamie mal wieder, diesmal mit Jill. Na, ich hab mein Würstchen unter Kontrolle. Ja, ich hab andere Würstchen unter Kontrolle. Spaß. Sehr schlagfertig. Du musst jetzt Hand drauf geben, egal wie viel die bieten, nicht verkaufen. Hand drauf, ja oder nein? Ja? Die haben einfach keinen Bock mehr, dass verkauft wird. Deswegen sammelt Eugen Handschläge. Heute wird verkauft. Egal, ob ich verkaufe. Egal, auf gar keinen Fall, außer für 500.000. Dann werden sie bei der Müllige unfasst. Kann ich nicht die Hand drauf geben? Selbst Valentina und so ergeben Hand drauf. Heute ist wichtig. Und Valentina hat letztes Mal auch die Hand drauf gegeben. Selbst die, ey. Guck mal, fürs Team ist das wichtig. Hand drauf, ey. Da sind wir mal gespannt, ob jeder sein Versprechen einhält. Ich hätte keinen Bock, heute Kühe zu melken. Nach dem Ziegenmelken folgt kein Kühe melken, sondern diese komische Wassersportaktivität. Ich dachte, ich kann mir schon mal bei Ihnen was abgucken. Aber da kommt ja nichts. Mach's doch selber besser. Die Schwierigkeit ist, ja, Hüfte, Knie und Füße. Der Kopf muss auch noch mitmachen. Das sieht bei dir einfach so einfach aus, ne? Also, so kann man auf jeden Fall seine Form beeindruckender machen. Da kann das Gespräch ja nur noch beeindruckender werden, oder? Dass die Frau ein gutes Erscheinungsbild hat. Tattoos finde ich nice. Also, da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber genauso wichtig ist mir, dass die Frau ein bisschen was im Kopf hat. Ganz hohe Ansprüche sind das. Weil du die anderen immer ein bisschen schlecht machst, wenn die irgendwas Dummes von sich geben. Das ist ja nicht böse gemeint, wenn ich jemanden verbessere. Sie sagt so, ja, du machst die anderen Leute fertig, wenn sie was Dummes sagen. Also, ich verbessere die ja nur, das ist ja nicht böse gemeint. Kommt aber so an. Stehst du nur auf Frauen, dann stehst du auch auf Männer. Also, bist du bi? Ich kann mir das bei dir voll vorstellen. Also, wo ist denn der Sinn, bitte? Also, zum einen jetzt die Reaktion von Jamie ist ein bisschen weird. Aber auch, dass Jill das so sagt und so drüber lacht. Sie ist ja selber anscheinend bisexuell und dann so, du könntest bi sein, ist das nicht lustig? Also, ich glaube, du musst mal öfter wieder in die Uni gehen, dass du mal wieder was aufrischst. Hör auf damit, hör auf damit. Hör echt auf damit. Diese Frage, die ist doch der absolute Hammer. Warum jetzt genau? Amüsiert, aber auch irgendwie so eine Hand vor den Kopf geklatscht. Ich liebe manchmal die Bauchbinden. Jamie, seine Männlichkeit ist ein bisschen fragil. Ja, muss ich nicht dazu sagen. Wer ist am meisten Fake in der Villa? Oh, jetzt kommen die großen Fragen. Jetzt kommen die großen Fragen. Sie spielen ein kleines Spiel. Welchen Namen wird Aurelia wohl nennen? Valentina. Nee, mir macht das einfach nichts aus, weil ich eine sehr selbstbewusste Person. Das hat doch nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Mir würde das schon was ausmachen. Ich finde es einfach nicht nett. In wem aus der Runde könntest du dich am ehesten verlieben? Ich würde sagen, keiner, sonst hätte ich es schon längst gemacht. Ich hätte bei Salva gedacht, er sagt Salva. Wer macht hier nur Show für Sendezeit? Ja, also, laut paar Dinge und so, wenn die Kameras kamen und so, war Valentina. Wer nicht, oder? Ja, ich nicht. Da denke ich mir so, dann geht doch nicht ins TV, wenn du mir sowas vorwirfst. Das ist kompletter Quatsch. Ihr seid doch alle da für die Sendezeit, oder nicht? Das juckt die mich einfach überhaupt nicht, was du mir erzählst. Tommy, mach doch nicht diese. Wen aus der Runde würdest du am liebsten aus der Villa saubern? Warum spielen wir dieses Spiel überhaupt? Tommy, was sagt Valentina dazu? Was sagt Valentina dazu? Wenn die alle meinen Namen sagen, habe ich doch irgendwo in der Art alles richtig gemacht. Da gibt doch auch so einen Spruch, so einen Kalenderspruch. Give people something to talk about, oder irgendwie so. Sie tut eiskalt und so, es juckt mich nicht, aber es juckt schon, aber sie will das doch. Weil sie macht das extra, sie macht das offensichtlich. Als Valentina wäre ich auch nicht schlau. Keine Ahnung, ist irgendwie weird. Ich glaube, sie weiß selber nicht genau, wer sie ist. Im Endeffekt, was habe ich Tommy und Danilo getan? Nichts, verstehst du das mal? Also gar nichts. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen Gehetze. Es kommen alle schlecht weg bei der Situation. Das ist die stichwalteste Person hier drin. Hm? Elina ist die stichwalteste Person hier drin. Elina. Elina. Ich würde sagen, die nächste Person, die wir sehen, spielt auch ganz vorne mit. Ich könnte mich verlieben. Nein, ein Binguin da vorne vielleicht. Warum macht Yogo jetzt so auf Show so? Die kennen sich schon von vorher. Der hätte schon vorher sagen können, dass er sich in die verlieben könnte. Oder ein bisschen mehr machen können. Und jetzt ist er so, du bist hier und jetzt sind wir ein Couple. Einmal. Und dich. Was stehst du an deinem Schlafplatz? Guck mal, wir haben doch selber schon auch drüber geredet. Ja und sie hat doch gesagt, sie kann sich nicht vorstellen. Warum macht sie dann auch nicht einen Cut dann dahinter? Ich könnte mich schon Vanessa verlieben, weil es passt einfach zu gut zwischen uns. Warum seid ihr dann in der Sendung? Verstehe ich nicht. Für die Ewigkeit so. Ja. Für die Ewigkeit direkt? Ach so, ja klar. Für die Ewigkeit. Die Ewigkeit, ja. Was macht man in der Ewigkeit? Kleine Diogos haben. Kleine Diogos. Nein. Das weiß nur der liebe Gott, ob wir ihn in die Ewigkeit lieben können. Was hat denn jetzt der liebe Gott damit zu tun? Du musst es doch wissen, ob du dich in den verlieben kannst. Der Gott, der liebe Gott, der hat ganz viel andere Sachen zu tun. Deswegen hat er ja mal keine Zeit für meine Probleme, weil er mit so einem Scheiß beschäftigt ist. Was, wenn da ein No-Match steht? Machen wir dann? Ja. Dann verkauf ich dich dann nichts besser. Vielleicht schaffen die beiden es ja diesmal in die Matchbox. Also von Liebe und Gefühle kann ich noch nicht sprechen, aber sie gefällt mir, sie sieht gut aus und sie tut mir gut. Und Eugen, es ist ganz wichtig, nicht zu früh Gefühle zuzulassen. Ich glaube, es ist so schlimm, wie du dir das vorstellst, ist das gar nicht. Also erstens glaube ich, dass wir das Perfekt-Match sind. Ja, dann macht er doch nicht so einen Kopf. Und zweitens, wenn wir das nicht sind, heißt es ja erstens nicht, dass wir das auch so sehen müssen. Und endlich gibt's mal einen Kuss. Mein Kuss. Mein Kuss. Gesehen habe ich ihn nicht, gehört schon. Ey, die haben sich geküsst, die haben sich geküsst. Also ohne so richtig, ja. Er hat ja heute nur so einen Schulkuss gegeben. Einen Schulkuss? Mehr nicht. Mehr nicht. Ist das peinlich. Junge, junge, junge. Heftig. Der stellt sich echt ganz schön an. Habt ihr denn jetzt mehr das Gefühl, dass ihr ein Perfekt-Match sein könntet? Doch, das denke ich schon. Ja, ich bin ganz emotional involviert. Mein Ziel war, hier reinzukommen, jemanden wirklich kennenzulernen und mit dem rauszugehen. Und das hat sie ja mit Danilo jetzt geschafft, oder? Wenn du auf Kramp versuchst, Sendezahl zu kriegen, haut es nicht hin. Ja, logisch. Mit Geläster haut es aber ganz gut hin. Und das ist Neid. Find ich jetzt, oder? Ja, klar. Valentina hat es zufällig mitbekommen und lauscht jetzt. Ich hab Spaß, ich bin lustig. Ja. Ich kann schnell Gefühle zulassen. Wer so maximal talentiert ist, der hat auch viel Sendezeit verdient. Reservatore auch mal lauschen. Mir geht's damit auch kacke, dass ich hier niemanden hab. Von den Jungs jetzt her, ne? Ist es cool zu lauschen? Nein. Aber die wissen doch, dass es alles ausgestrahlt werden könnte, dass alle das vielleicht angucken. Also, weiß ich nicht. Sollte man sich vielleicht auch nicht über Sachen unterhalten, die man nicht will, dass andere Leute das hören. Die Valentina und Doreli und so, die hören euch zu da hinten. Sie sind am lauschen. Danilo, richtiger Ehrenmann, der sagt denen Bescheid. Ja, sind die krank? Hm, ne, die lauschen nur. Aber Aurelia, das hast du doch auch schon mal gemacht, oder? Boah! Ich hab gerade in der Tür gelauscht. Pff, das ist aber noch geisteskandalisch. Betreibt man nicht. Das kann wirklich passieren. Guck mal, dann will man einmal einen Bademantel holen, ey. Jetzt, wie die da so gelacht haben und so, die haben sich da auch ertappt gefühlt. Es ist bei allen irgendwie ein bisschen weird und kindisch. Mein Herz pocht bis hier oben hin, ne? Das ist respektlos. Boah! Ne, dein Herz pocht, weil du dich krass ertappt gefühlt hast. Was ist mit euch? Was denn? Warum lauscht ihr? Wir haben nicht gelauscht. Das war ein Zufall. Finde ich gut, dass ihr direkt die darauf anspricht. Wir haben gelacht, weil wir es witzig fanden. Was ist daran witzig? Wir haben etwas ganz anderes gelacht. Ich stelle dir mal vor, das wäre umgekehrt. Das ist doch scheiße. Wir haben etwas ganz anderes gelacht. Ach so, wir haben gelacht, weil die jetzt witzig waren. Es war etwas ganz anderes, es war eine ganz andere Situation. Lachen hält jung. Das ist für mich einfach Psychoterror. Okay, dann sage ich. Also erstmal war das Fenster offen und ich bin ins Bett gegangen. Und dann saßen wir da und hatten das nur Gehirn, deswegen haben wir gelacht. Aber wir geguckt haben, wer draußen sitzt, aber hier hat keiner gelauscht. Na Jackie, das ist jetzt eine Lüge. Du bist total krank. Was ist das für eine Scheiße? Aurelia, nicht immer schon wieder weinen wegen nix. Boah, das ist ekelig. Das ist ekelig. Vielleicht fühlt sie sich noch ein bisschen schuldig. Ist ja auch nicht so cool, wenn man lästert und dann auch noch ertappt dabei wird. Wir sind hier immer noch im Fernsehen, hier kriegt jeder alles mit. Und wenn ich in meinem Zimmer bin und irgendwas höre, weil das Fenster aufgeht ist, kann ich da nichts für. Jackie, es stimmt. Na klar, das hat man ja gesehen. Ich bin ja nicht dumm. Da hinkt eine Kamera, da hinkt eine Kamera, natürlich. Aber da so ein Riesendrama draus zu machen. Ach, juckt mich nicht. 25.000 Euro bekommen sie angeboten, wenn sie das Match-Ergebnis von Eugen und Finja verkaufen. Kathleen, was machen wir? Verkaufen oder nicht verkaufen? Nicht verkaufen. Die beiden dürfen also in die Matchbox. Ich bin jetzt doch aufgeregter, als ich dachte. Wie, der hat Emotionen. Und ich hoffe, wir haben heute mal unseren ersten richtigen Erfolg. Die würden es brauchen, aber... Oh, was? Ich hab's gesagt. Das kann nicht sein. Ich hab's gesagt. Für die ist das halt wirklich schlimm jetzt. Ja, ich hätte mir halt jetzt gewünscht, nachdem ich jetzt zweimal so ein No-Match da stehen hatte, dass es jetzt bei ihm halt dann auch das Perfect Match ist. Leider nein. Müsst weiter suchen. Das heißt, wir könnten, wenn wir gut wären, noch drei Matches finden, aber sonst... Es gibt noch drei Matchboxen. Die haben einfach ein Perfect Match und das auch nur durch Zufall bekommen, weil Francesco nach Hause musste und dann die Jules mit musste. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ein Funkenhoffnung ist vielleicht noch da, aber der ist sehr, sehr gering. Tja, und für Finja ist es jetzt auch blöd. Mit dem No-Match, das verändert ja nichts, was du für jemanden fühlst. Klar, es ist ein komisches Gefühl, weil du denkst, okay, die Person war gar nicht für dich bestimmt. Ja, der Boom Boom Room bleibt heute wohl leer, also eigentlich geht das Perfect Match, kann da eine Nacht dann verbringen. Aber jetzt hat sich die Produktion gedacht, naja, schicken wir doch mal Aurelia und Danilo rein. Es hat auf jeden Fall nochmal gut getan, einfach so unter sich zu sein, so seine Ruhe zu haben. Die genießen die beiden. Also ich kann mir das wirklich draußen vorstellen. Ich auch. Ich bin mir jetzt auch eins. Ich mache viel Spaß. Schön. Endlich das, was sie gesucht hat. Wir verstehen uns extrem gut. Wir werden uns auch danach auf jeden Fall treffen. Und ich denke, das Ganze kommt gut, weil ich sehe keine Steine jetzt im Weg. Ich sehe auch keine Steine bei euch im Weg. Ich sehe sexual tension in the air. Das war schon schwierig, irgendwie sich ein bisschen zurückzuhalten. Das musst du ja nicht, oder? Wir waren auch kurz davor. Das wäre ja fast eskaliert. Aber Aurelia ist stark geblieben. Da hat dann doch irgendwie meine Verdunft gesiegt. Am nächsten Morgen sucht sie mal direkt das Gespräch mit Kathi, unserer Boom Boom Raum Expertin. Das ist doch schon gefährlich so, ne? Aber ich... Aurelia hat daraus gelernt. Sie möchte das anscheinend nicht mehr im Fernsehen, ist ja auch in Ordnung. Hat es dich am Anfang Überwindung gekostet, als du da oben Sex hattest? Oder hast du einfach so drauf geschissen oder einfach gemacht? Einfach drauf geschissen, ne? Das haben wir gesehen. Beim zweiten, dritten, vierten, sechsten, siebten Mal. Hast du nicht so eine Minute kurz drüber nachgedacht? So, macht es Sex? Ja, die macht einfach. Die hat aber über was anderes jetzt nachgedacht. Noch mal kurz drüber nachgedacht. Aber ich habe ja auch bei den Gesprächen von anderen mitgehört. Ein bisschen Selbstreflexion. Lieben wir. Also ich bin ja selber nicht besser. Wo denn? Immer mal wieder, ne? Aurelia, du auch immer mal wieder, ne? Oder du hast das beispielsweise... Ich habe ja auch Stasi für dich gespielt. Stimmt! Ich erinnere mich, dass Kathi mal zu Aurelia aufgeregt gekommen ist und gesagt hat, Ja, Diogo hat jetzt gesagt, dass es zwischen euch vorbei ist, als Vanessa reinkam und so. Ja, wenigstens eine, die es hinterfragt hat. Melina war die letzten zwei Tage nicht da, die war anscheinend krank, ist jetzt aber wieder zurück. Juhu! Was haben sie ihr gegeben? Sie strahlt so sehr, wie ich sie noch nie gesehen habe. I'm dark, bitches! Sie sieht so erholt aus. Ich darf noch nicht in Kur, ich darf keinen Alkohol trinken, ein bisschen langsamer machen. Rauchen? Hm? Auch nicht? Good for you! Also mir wurde gesagt, dass ich eine Bronchitis hatte, aber mir geht es wieder besser. Ich finde, sie strahlt, sie sieht erholt aus. Also ist natürlich nicht so good for you, dass sie jetzt hier so eingeschränkt ist und natürlich eine Bronchitis hatte. Aber das Nichtrauchen, kein Alkohol, bisschen raus aus der Villa, das scheint ihr sehr gut getan zu haben. Willkommen zurück! So, wir gehen in Wumumum! Alex! 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 Let's go! Was sagt die bessere Hälfte Valentina dazu? Endlich jetzt! Digga, bin ich einmal nicht da, weißt du, was ich meine? Die Jill ist aber schon erwachsen. Und deswegen passt es auch, glaube ich, ganz gut zwischen uns, weil wir so beide genau gleich denken. Ja, dann ist doch super. Ey gut, ich wollte jetzt kein Geheimnis machen. Also jeder, der irgendwo zwei Augen im Kopf hat und sich das anguckt, weiß, was da oben war. Nicht nur, wer sich's anguckt, auch wer nur unten in der Villa wartet. Warum Alex, Alter? Warum der Typ, ey? Warum denn nicht? Also der Alex und ich, wir haben uns schon von Anfang an gut verstanden. Das ist doch eine gute Basis. Ey! Alter Jill! Warte, ich komm mal hoch! Alter Valentina! Was denn das ist so ein Non-of-your-Business? Eins bis zehn. Fünf. Oh, ey! Fünf ist nicht so. Ich glaube, der Alex wird mir eine glatte Zehn geben, weil der ist auf seine Kosten gekommen. Aber der beste Sex war es nicht. Gut, da wissen wir auch, wer nicht auf die Kosten gekommen ist. Na ja, klar. Bleibt safe unter uns. Jill, was hast du gedacht? Oh mein Gott, Alter! Jill, Digga! Nee! Jetzt mal ernsthaft, Digga! Was machst du denn für ne Scheiße? Ja, bist du dumm, Alter? Jetzt mal ernsthaft! Valentina! Hör doch auf, sie so fertig zu machen! Ich dachte, ihr seid befreundet! Ja, ich bin doch nicht dumm, wenn ihr da hochredet. Ja, Jill, Alter, bist du dumm? Jetzt mal ernsthaft! Aber das ist auch von Jill sehr naiv zu fragen, hast du das gewusst, dass wir Sex haben? Hä? Hast du das gesehen? Ja, natürlich hat er das mitbekommen. Und jetzt hier nochmal zu der ganzen Aurelia, Danilo, Jill Sache. Dass sie einfach als erstes fragt, ob Danilo das gesehen hat. Get over it! Valentina will mich so ein bisschen beschützen, aber ich mache natürlich immer, was ich will. Und ich fand, der Moment war passend. Ich finde den Alex gut. Und jetzt muss man gucken, was sich noch daraus entwickelt. Finde ich gut. Es tut mir leid, dass es nur eine 5 für dich war und du nicht auf deine Kosten gekommen bist. Aber sonst, good for you. Wenn du mit dem echt einen Aufkoppel machst, dann kann ich das echt auch nicht ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass es eine Zukunft hat mit den beiden. Ob es mich interessiert, was Valentina dazu denkt? Ja, von Alex halte ich jetzt nicht so krass viel. Das entspricht halt einfach null dem, was Jill sucht. Das kann Jill ja wohl selbst entscheiden. Weil so bin ich nicht. Ich würde jetzt nie jemanden abstoßen, mit dem ich irgendwo intim geworden bin. Das Problem ist aber, dass er jetzt mit Melina redet. Ich habe es gerade gesehen, dass der Alex da mit der Melina liegt. Wie kann er nur? Also das Gefühl habe ich schon ein bisschen, dass der jetzt nur so ein bisschen Spaß oben haben wollte mit mir und jetzt zu Melina geht. Du wolltest doch auch nur Spaß mit ihm haben. Das ist doch das, was du die ganze Zeit predigst. Hauptsache der ist auf seine Kosten gekommen, jetzt geht er wieder zu Melina. Ey, ich fühle mich so ekelig gerade, ne? Ich fühle mich so ekelhaft. Ja, okay, vielleicht ist sie auch einfach unbefriedigt, was das angeht. Das geschäftlich sehen, äh, ist das natürlich ein riesen Erfolg. Auch blöd. Wir sind uns da wirklich sehr, sehr nah gekommen und, ähm, ich weiß nicht. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass der da ein bisschen mehr Zeit mit mir im Nachhinein verbringt, als mit Melina. Jill ist ja auch überhaupt nicht immer eifersüchtig, ne? Mhm. Fakt ist, guckst du, haben wir drei Tage Regenwetter? Ja. Dann sag das doch ihm und nicht der Kamera nur. Also ich bereue das schon ein bisschen, dass ich das gemacht habe, weil ich hätte den Alex nicht so eingeschätzt, dass der jetzt so assi ist zu mir. Direkt assi, ja? Vor allem, dass der jetzt so kacke ist zu mir, Alter, ich schwöre es dir, weil ich nicht... Du musst doch mal ein bisschen auf mich hören, ich will ja nichts Schlechtes, Schatz. So sieht nichts Schlechtes aus, oder was? Schlägt. Nee, bewegt sich noch. Alex, nee, geh mal jetzt weg, bitte. Ist alles gut? Ja, alles gut, aber gut. Ja, geh mal jetzt weg, bitte. Danke. So sieht, ich will nichts Schlechtes für dich aus, wenn der sucht die Konfrontation und das Gespräch und die Kommunikation und sie sagt so, nee, die schläft. Die schläft. Alles klar. So lösen sich Probleme. Nicht. Du bist echt müde deswegen. Ja, alles gut. Fine. Wollen wir ein bisschen, ob's dir gut geht. Die ist echt jetzt sehr müde. Ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der jetzt sagt, komm einmal rüber gegangen und ab jetzt bist du für mich irgendwie gestorben oder sonst was. Ja, er hat ja auch gefragt, ob alles gut ist. Du bist danach zu Melina gegangen, Alex. Weil ich mich gefühlt habe richtig ausgenutzt. Willst du mich verarschen? Aber ist jetzt auch egal. Pass mal auf. Das ist echt komisch, was sie jetzt hier für einen Film schiebt. Was war auf der Liege? Habe ich dich in den Arm genommen? Ja, anscheinend schon. Trotzdem. Trotzdem. Ich hab dich ja auch so eingeschätzt, Alex. Ich weiß genau, wie du drauf bist. Okay, und wie bin ich drauf? Hickiger Fuckboy. Genau wie du eigentlich, ne? Ich bin einfach davon ausgenutzt. Ich bin einfach davon ausgenutzt. Ich bin eigentlich genau wie du. Zeit? Du hast dich einfach bei mir gefragt, dass es mir geht. Fakt ist? Ist alles gut? Ja, alles gut. Aber wir... Ja, geh mal jetzt weg. Bitte, danke. Tschüss, was ist los? Spielen die Momonen verrückt? Würdest du mich jetzt komplett verarschen oder das? Na, das ist meine Meinung, Alex. Ja, gut, wenn das deine Meinung ist, dann... Fand ich einfach scheiße. Würde man ja wohl noch sagen dürfen. Ich hab mich noch nie so scheiße gefühlt, ehrlich. Jetzt sag ich dir ehrlich. In deinem ganzen Leben ist das das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ist hart. Das ist schon ne harte Nummer. Ich will doch, dass du hier Spaß hast. Ich will jetzt ja auch nicht, dass dir schlecht geht. Ist ja der letzte... Der letzte Gedanke, den ich haben will. Pass auf, ich will ja nicht... Wir hatten jetzt was und jetzt will ich, dass dir richtig scheiße geht. Die beiden, die klären das, oder? Ich weiß doch genau, dass wir beide miteinander super Spaß haben können. Dass wir auf einer guten Ebene zusammen funktionieren. Alles gut. Ist jetzt alles egal. Haben die beiden geklärt. Ist jetzt gut, ne? Da bin ich aber auch erleichtert. Denn es steht wieder ne neue Matching Night bevor. Matching Night nach Matching Night. Einmal drei Lichter, einmal vier, nochmal drei, nochmal drei. Letztens sogar erst zwei. Deswegen versuchen wir das heute wieder anders. Perfekt. Ich denke, dass wir Frauen heute eher nach dem Herz entscheiden, nach dem Bauchgefühl. Mal ne neue Strategie. Ich glaube, dass die weibliche Intuition eigentlich immer schon richtig ist. Es ist so. Wenn heute kein weiteres Licht angeht, dann können wir sagen, game over. Ich bin gespannt. Wir haben besser nicht gelaufen. Kein Boom Boom im Boom Boom Room. Aber kurz vor Boom Boom. Vielleicht kurz vor, wir haben uns zusammengerechnet. Folter habe ich oft gehört. So schlimm, ja? Ja. Warum Folter? Ich habe halt gesagt, ich will hier keinen Sex haben und deswegen musste ich mich halt beherrschen. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen Folter. Ich habe es meiner besten Freundin versprochen. So klingt es ein bisschen. Du und Alex hatten ja nicht nur den ersten Kuss in der Villa, sondern auch den ersten Sex. Ja. Wie war es? Ja, war ganz gut. War ganz gut? Ja. Ich dachte 5 von 10. Die Sophia streut nochmal Salz in die Wunde. Ich fände es aber nett, dass die Jay jetzt gesagt hat, war ganz gut. Du, ich lege mir den passenden Konto noch zurecht für nachher. Da bin ich mir sicher. Das war natürlich schwierig unter der Decke, deshalb. Wie sie ihn in Schutz nimmt. Du findest Alex eigentlich schon ganz gut, aber du willst es nicht richtig zugeben. Hab ich recht? Am ersten Tag fand ich ihn ja auch schon ganz gut. Ja. Aber ich weiß nicht. Doch, ich finde ihn gut. Oha, sie hat es gesagt von Jill. So eine Aussage, wow. Was ist denn los bei den Mädels? Das macht keinen Sinn. Jill hat jetzt Eugen gewählt. Sie hat noch nie mit Eugen geredet. Für mich macht das schon Sinn, weil er passt obdurch gut in mein Beuteschema rein. Ich bin Alex nicht. Das heißt, du bist sauer, dass sie Eugen gewählt hat? Ja klar. Weil du gern Eugen gewählt hast. Ja, natürlich. Tja. Oh oh, ein weiterer Schritt ins Fettnäpfchen. Jackie, wie läuft es denn generell mit dir und den Männern? Ja, süftig, ne? Jackie sieht aus wie eine kleine Fliege. Und wir so relativ die gleichen Ansichten vom Leben haben. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht möglicherweise nicht sind. Seh ich nicht. Hab ich aber kein Problem mit, weil ... Juckt mich nicht. Genau, also nicht jeder muss mit mir klarkommen. Ach komm. Musste das jetzt sein, Tommi? Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich bin so, wie ich bin. Entweder akzeptiert man das oder nicht. Deswegen komme ich damit super klar. Grenzen an Mobbing, ne? Passt alles sehr gut und wir könnten schon ein perfektes Match sein. Deswegen ist das eine strategische Entscheidung, aber auch eine Bauchentscheidung. So geil, wie letztens noch so sein. Was auf gar keinen Fall mein Match. Und jetzt so, ja wir können ein Match sein. Steffi hat biessige Laune sich jetzt schon. Ja. Wie immer bleibt bei mir immer nur noch die letzte Wahl übrig. Ach Steffi, steigle dich nicht so rein. Das ist a game. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht macht oder ... Hey, was soll ich wissen, wen du wählen willst? Jill hat ein ganzes Besseres zu tun, als Steffi zu ärgern. Also das ist seitdem die einem eifersüchtig war, weil ich mit Manu war. Seitdem ist das so. Und seitdem bist du immer eifersüchtig. Niemand ist hier eifersüchtig. Ever. Wo sind wir denn hier alle? Das ist doch logisch. Du denkst, dass ich auf dich eifersüchtig bin? Ja anscheinend ja schon. Was ja. Jill provoziert aber auch gerne. Schön, dass du wieder da bist. Ich freu mich auch. Wie geht's dir? Besser. Jetzt in der ... Sie sieht so glücklicher aus. Melina wählt natürlich immer Tommy. Die haben die gewisse Zuneigung zueinander. Bin ich auch fein mit. Sollen wir haben. Ich hab trotzdem immer noch die Überzeugung, dass es mein perfektes Match ist. Eine Frau bleibt ja wieder übrig. Diesmal ist es Steffi. Mir war schon klar, dass Melina auf jeden Fall Tommy wählen wird. Ist auch völlig in Ordnung, weil ich da auch eher das perfekte Match sehe. Ich ehrlich gesagt auch. Wir sind sowas von weit entfernt von den 10 Lichtern. Das ist einfach aufsichtslos. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt ein paar mehr gibt. Also wenn wir das Ding jetzt wirklich gewinnen wollen, müssen da mindestens schon 5, 6 Lichter angehen. Weiter mit 5, 6 meint er? Blackout absolut das Beste, was passiert. Eigentlich schon, weil dann wissen sie, alle Paare, die so sitzen, sind kein perfect Match. Das wäre mega viel Erkenntnis. Schon mal kein Blackout? Schade. Ehrlich jetzt? Gehen insgesamt nur 2 Lichter an. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Leute, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Wir sind bei Matching Night Nummer 7. Und ein Licht ist eine richtig schlechte Leistung. Es gibt jetzt nur ein perfect Match. Und es sitzen Leute zusammen wie Tommy und Melina, wo alle gesagt haben, es ist ein perfect Match. Joshua und Sarah sitzen auch zusammen. Es geht ja schon mal nicht, dass beide davon ein perfect Match sind. Kathi und Manu waren sich immer sicher. Es ist... Leute, das funktioniert nicht. Salva und Valentina sind sich ja auch mega sicher. Wir waren uns so sicher. Und wir haben voll verkackt. Voll reingeschissen. Und sie wissen halt nicht, wer dieses eine perfect Match war. Das müssten sie jetzt echt testen und herausfinden. Ich weiß gar nichts. Ich bin komplett out. Ich sag dir ganz ehrlich, es wird verdammt schwierig, ähm, 10 Lichter am Ende zu haben. Wenn sie das schaffen, das ist ein Fake. Jetzt hier noch ein paar schöne Tage. Aber das Ding gewinnen, das wird nichts mehr. Na, dann machst du dir ein paar schöne Tage. Vielleicht ist ja Jill auch noch mal am Start. Da kannst du dich noch mal bei ihr revanchieren. Wir sehen uns nächsten... Ah, wir sehen uns glaube ich nicht nächsten Sonntag. Es kann sein, dass ich eine Woche Are You The One pausieren muss, weil ich jetzt zu schnell nachgekommen bin. Und nächste Woche geht Love Island los. Vielleicht gibt es da zwei Love Island Videos, Donnerstag und Sonntag. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Immer um 18 Uhr Donnerstag und Sonntag. Bis dann. Tschüss.